Soll ich Ihnen noch zu Ihrer Beförderung gratulieren? Warum nicht? Sie kennen doch das alte Sprichwort. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wenn Sie so weitermachen, das schaffen Sie es ganz nach oben. Ich habe Zeit. Direktoren kommen und gehen. In Reutlitz schneller, als man sich versieht. Ich freue mich, dass wir so offen reden, Herr Bock.